Erstmal einen schönen Vanille Räuberstee auf dem Morgen. Und dann kann man eigentlich ein bisschen spazieren hier draußen. Guckt euch das an? Wir gehen gleich los. Man wacht hier auf, hier direkt ans Meer, ans Meer auch. Was sagt er? Oh, guck ich jetzt mal das Bild an. Durch die Bäume Lesanne. Wir hocken uns jetzt aber draußen kurz mit. Ey, wie krass das Wetter eben war. Und jetzt regnet's. So, ich warte mal kurz ein bisschen Aufwand zurück und dann können wir nochmal los. Wegen mir ist es nicht, aber das Gimbal und Handy muss ja jetzt nicht klatschen lassen. Und wir holen den Schirm, Alter. Hier ist der Bootsfall. Jetzt checke ich das. Auch ganz geil hier eigentlich. Guckt euch das an. Die Fässer hier oben. Hier kannst du dann draußen frühstücken. Das sind die Fässer mit Hundebesitzer. Da ist eingezäunt. Das heißt, da kann ich den Dorgi einfach frei laufen lassen. So, ich laufe jetzt mal zum Busle. Und ich denke, dann mache ich mal das Ding aus, Alter. Und mach einfach mal ohne jegliche Handys. Ohne jegliche Handys. Ich glaub mal komplett mit Handys weg. So schön. Jetzt noch auf den Socken legen. Ja klar, du hast ja recht. Das ist ganz angenehm, oder so? Vor allem auch wieder so Glück, ne? Zwei oder drei Tage hier. Einen Tag sowas, Alter. Das ist schon krass. Die, sagst du mir so, ne? Geh nicht weg. Jetzt haut sie ab. Jetzt haut sie ab. Jetzt ein paar Stunden Handy frei gehabt. Beide Handys in den Bus gelegt. Mich fresh gemacht. An der Sonne gechillt. War essendecker. Ich war alleine essen. Alleine ohne Handy. Alleine essen ist kein Problem, aber ohne Handy. Schon ein anderer Modus. Zick.